So, noch drei Stunden bis Sabrina kommt. Hey, Schatz. Ah, hi, Schatz. Ja, ich sehe hier schon die ganzen Tage die ganzen dünnen Frauen. Findest du mich eigentlich zu dick? Ein paar Rundungen sind schon okay bei dir. Ich meine, du siehst aus wie jede andere Frau. Was soll das jetzt heißen? Wie jede fette Frau oder was? Ich meine, du bist du. Du füllst mein Herz. Mit Fett oder was? Hi, Schatz. Hey. Weißt du was? Was? Ich mache Schluss. Was? Wieso? Diese Beziehung ist einfach nur unreif, kompliziert und nervend. Stimmt. Du bist schlampig und dick geworden und fast ein Darmbad bekommen. Hi, Schatz. Ich komme dich heute Abend besuchen. Äh, das geht nicht. Was? Wieso denn? Äh, ich muss es überspumpen machen, deswegen. Ach, Schatz. Du machst schon die ganze Zeit über. Schon die ganzen Wochen. Schatz. Ich mache schon mal auf laut. Mein Schatz noch viel um die Ohren. Ja. Aha, Schatz. So viel hast du um die Ohren. Äh, ja. Ja. Oh, jetzt ein paar Liegeschnitten hier an der Mauer. Boah, das ist aber unendlich. Bezeichnest du mich gerade als Mann oder was? Hey, Schatz. Hi, Schatz. Sollten wir mal wieder neue Unterwäsche kaufen? Ach nee, nicht wieder die von Ferrari. Dieses Arschfett, wo mich jede Nacht anstarrt. Nee, das geht überhaupt nicht, Schatz. Was du schon kannst, kann ich schon lange. Ach, Mann, nee. Immer diese Flecken. Da ein Fleck. Da... Nee. Boah, Mann, ey. Bleib doch mal ruhig. Nochmal. Ah, was ich dir erzählen wollte? Ich war ja gestern mit Annika und Sabrina im Kampf. Ja? Ach, Hi. Ja, können wir machen. Was müssen wir morgen jetzt nochmal alles machen? Okay, gut. Ciao. Also, mit Sabrina und Anikan, das war's so. Ach so, ja, das gestrickt Fußballspiel. Das war gut. 3-1. War ein richtig gutes Spiel. Ich rufe später nochmal an. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.